Wo eine Wirkung ist, habe ich auch eine Nebenwirkung. Aber unser Ziel und unser besonderes Bemühen ist einfach diese Nebenwirkungen so niedrig zu halten, damit sie keinen Einfluss auf die Lebensqualität haben und die Patienten nach der Therapie in ihrem täglichen Leben, im sozialen Leben, im Familienleben, im Berufsleben einfach genauso funktionieren wie vorher.